Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Heavy Rain Box von Shakuza. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenerhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heavy Rain von Shakuza, das Ganze am 1. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es wurde diverse Male verschoben über einen ziemlich langen Zeitraum. Am 1. Mai war es dann endlich soweit. Das Album Heavy Rain ist erschienen und ich muss sagen, endlich, endlich, endlich halte ich die Box in Händen. Sie ist heute, später aber doch bei mir angekommen und ich kann sie euch endlich vorstellen. Ja, wir haben hier eine recht flache Box, das Ganze quadratisch. Wir werden mal die Folie abmachen. Und uns dann die Box genauer ansehen. So, einmal hier bei der Schweißnaht einstechen. Dann können wir die Folie wunderbar abziehen. Und so sieht das aus. Also, wir haben hier eine quadratische Box, ziemlich groß, dafür etwas flacher. Das Cover in schwarz und blau gehalten, ein wolkenverhangener Himmel hier im Hintergrund zu sehen. Dann hier CHK, also die Unterschrift mehr oder weniger von Jacuzza, darunter der Albumtitel Heavy Rain. Und wir haben hier den Interpreten abgebildet, so im Profil. Und in seinem Kopf spielt sich hier einiges ab. Sieht hier aus, als wäre er im freien Fall von einem höheren Gebäude hier runter auf die Straße. Und ansonsten hier die Straße mit Autos befahren und große Glasgebäude hier im Hintergrund zu sehen. Ja, auf den Seiten zieht sich das Cover hier so durch, komplett. Und auf der Unterseite haben wir nochmal die Abbildung etwas kleiner, dafür umso mehr Himmel. Und den Boxinhalt. Inhalt Heavy Rain Vinyl, Heavy Rain CD, Magnolia CD, Instrumental CD, also ohne Ende CDs, Mark, Slow & Do & Ich EP, Autogrammkarte, Sticker. Dann die Beteiligten und einen Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also rein so von der Optik ist es auch so eine klassische Vinylbox, rein von der Form her. Deswegen ist hier auch eine Vinyl drin, von innen weiß. Und dann schauen wir uns mal den Inhalt an. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte. Dann haben wir einen Zwei-Sticker. Dann die Bonus-EP von Mark Slowen, die uns hier schon entgegenkommt. Die hat sich hier aus der Hülle verabschiedet. Machen wir mal wieder rein. Dann das Album an sich, Heavy Rain auf CD. Und natürlich Heavy Rain auch noch als Vinyl. Ja, die Box auch hier wieder in weiß von innen. Dann packen wir mal den Deckel wieder drauf. Und dann schauen wir uns die einzelnen Inhalte mal an. Was auf jeden Fall auffällt, obwohl es so viele CDs gibt und so viel anderen Inhalt, freut es mich, dass wirklich hier nur die Vinyl in Folie ist. Der Rest kommt hier ohne Folie. Also werden wir auch hier mal die CD öffnen. Äh, die CD. Die Vinyl aufschneiden. Vorsichtig, dass wir die Vinyl da drinnen nicht irgendwie erwischen. Also, dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich. In diesem Fall mit dem Album in der Vinyl Edition. So sieht das aus. Das Cover, wie auch schon auf der Box. Das ist eine einfache Vinyl, also kein Gatefold zum Aufklappen. Auf der Rückseite auch etwas schlicht gehalten. Wir lesen hier Charcouza, Heavy Rain, aber keine Tracklist oder dergleichen. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. So, hier kommen uns die Vinyl entgegen. Hier unten noch etwas Folie, deswegen geht das noch nicht ganz raus. Aber jetzt. Die Vinyl in weißem Papier. Also eine weiße Papierhülle rundum. Und dann haben wir hier das Album. Das ist die A-Seite. Die Vinyl klassisch in schwarz gehalten. Hier in der Mitte lesen wir wieder Heavy Rain Seite A. Und das ist dann die B-Seite. Heavy Rain Seite B ebenfalls in schwarz gehalten. Wir haben auf diesem Album 14 Tracks. Ich gehe jetzt mal rein von der Logik her davon aus, dass wir hier 7 Tracks auf der A-Seite und 7 Tracks auf der B-Seite haben. Kann natürlich auch sein, dass manche Tracks kürzer oder länger sind. Und es dann irgendwie 8, 6 aufgeteilt wurde oder so. Schauen wir uns dann mal an. So, die Vinyl kam dabei zur Seite. Dann kommen wir zum Album in der CD Variante. Also das Album nicht nur als Vinyl dabei, sondern auch hier im Digipack. Cover kennen wir. Auf der Seite Wolken und auf der Hinterseite, auf der Rückseite auch Wolken. Allerdings haben wir hier auch die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl. Features sind zwei mit dabei. Und zwar einmal Mark Slowen und einmal Martin Kautz. Barcode oder sonstige Sachen sind hier nicht dabei. Denn das Album hier in physischer Form, sowohl die Vinyl als auch hier das Digipack, gibt es wirklich rein nur in der Box. Bedeutet, CD, Vinyl separat ist nicht zu haben, sondern wirklich physisch nur die Box als Ganzes. So, dann klappen wir das mal auf. Und wir haben hier zwar kein Booklet oder einen Einleger drin, aber wir haben dafür drei CDs. Das Ganze beginnt hier rechts. Heavy Rain CD. So sieht die aus. Auch hier wieder diese Wolkenoptik, passend zum Albumtitel. Auf der mittleren Seite oder in der Mitte haben wir dann Heavy Rain Instrumental. Bedeutet, die Instrumentals zum Album sind hier auch mit dabei. Und ganz links haben wir noch ein Bonusalbum und zwar Magnolia X. Ja, das ist schon etwas her, ein paar Monate. Im Oktober 2019 kam Magnolia X und das gab es meines Wissens damals nicht physisch, sondern Magnolia X gab es wirklich nur digital und ist jetzt hier mit Heavy Rain dabei. Das erste Mal auch physisch zu haben. Alle diese drei CDs in diesem wunderbaren Digipack. Und damit nicht genug, wir haben zusätzlich zu den drei CDs noch eine vierte CD. Und zwar ist das die Bonus-IP von Mark Sloan. Du und ich nennen sich das. Diese Bonus-IP ist erschienen ursprünglich im April 2020. Und wir haben hier noch zusätzlich fünf Tracks. Der erste Track Großstadtwüste ist ein Feature mit Shakuza mit drauf. Und ansonsten vier Solo-Tracks von Mark. Ja, das Ganze kommt in einer Papphülle. Auch diese EP meines Wissens das erste Mal hier physisch zu haben. Davor auch nur digital. So sieht die aus. Von der Optik her ein bisschen wie so eine versunkene Stadt, versunkene Landschaft. Hier oben noch so ein kleines Schiffchen. Und das Ganze kommt hier in einer Papphülle. So, und abseits der ganzen Musik haben wir dann noch drei zusätzliche Inhalte. Und zwar die beiden Sticker hier in quadratischer Form. Einmal hier Shakuza in Farbe. So kennt man ihn. Und dann einmal hier nochmal das Cover. Und eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. Die kommt hier im Querformat. So sieht die aus. Heavy Rain. Shakuza lesen wir hier wieder. Und hier mit schwarzem Stift. Unterschrieben. Auf der Rückseite noch ein Foto von Shakuza. Mit Adidas Trainingshose. Und einem, die Farbe ist schwer auszumachen, rot-rosanen Hoodie. Die scheinbar hier auf einem, hier lesen wir Parkdeck, auf einem Parkdeck fotografiert. Ja, schöne Autogrammkarte. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte im Querformat mit Originalunterschrift von Shakuza. Dann die beiden Sticker, jeweils quadratisch. Die Bonus-EP von Mark Sloan, Du und Ich mit 5 Tracks und einem Feature im Digi-Sleeve in der Pappbülle. Das Album Heavy Rain im Digi-Pack mit 14 Tracks und 2 Features. Zusätzlich das Bonus-Album Magnolia X mit 12 Tracks und die Instrumentals zum Album. Also insgesamt, wenn wir jetzt zusammenzählen, Album Magnolia X und die Bonus-EP von Mark Sloan kommen wir auf 31 Tracks. Und natürlich auch noch das Album Heavy Rain hier auf Vinyl. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Heavy Rain von Shakuza. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakuza unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.